Kann das jetzt mal angezeigt werden, das Spiel? Hallo? Aha, da ist es. So, Musik aus. Liebe Leute, ich schlafe noch. Wir wachen auf. Wie sehen wir eigentlich aus? Süß. Ist ein bisschen wie im Echtenleben. That booty though. That booty though. Okay. Wir haben nichts aus einer Fackel, einen Stein. Es ist kalt. Oh, Sonnenuntergang. Oh Gott, es wird jetzt dunkel. Schauen wir mal ganz kurz, wo wir sind. Ach, wir sind hier. Wir müssen hier hin. Okay. Wie weit sind wir schon gekommen? Kein bisschen. Ich habe hier angefangen. Ich bin hier. Wir sind zehn Jahre gelaufen. Ich glaube, wir verhungern auf dem Weg. Hallo, ist hier jemand? Nein, ich glaube nicht. Pain, liebe Freunde, Pain. Ist das eine... Hallo? Hallo, lebt hier jemand? Ja, komm rein. Es ist doch arschkalt draußen. Hallo, hallo? Komm rein, komm rein. Hier ist muckelig warm. Hallöchen. Ich bin... Izzy! Was geht? Na, was geht? Danke, dass du mich reingelassen hast. Ich bin seit Ewigkeiten irrig durchs Dunkeln und bin so ein bisschen knapp vom Verhungern auf dem Weg zu meiner Base. Hast du vielleicht eine Kartoffel oder irgendwas, was du mir... Bitte? Geh erst mal was an, oder? Ach ja, ich bin nackt. Es tut mir leid. Das ist kein FKK-Haus hier. Oh, danke, danke. Ey, du bist zu gut zu mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Vielen Dank. Oh, das fühlt sich gut an. Oh, das fühlt sich gut an. Vielen herzlichen Dank. Danke für deine Gastfreundschaft. Vielen herzlichen Dank. Ist das schön? Mit wem wohnst du hier? Alleine? Ich bin hier ganz alleine mit meinem Kürbis. Aber ist doch schick, Mann. Du musst uns dann später mal besuchen kommen. Oh, kann ich ihn essen? Gönn dir. Alter, du bist einfach, einfach eine Legende. Wie esse ich denn den scheiß Kürbis, Alter? Äh, eh? Auch klickt man da oben auf Essen. Wo man ganz schön komische Bewegungen... Äh, ich versuche... Bist du groß? Dann bitte draußen. Nee, schon gut. Ich bin halbwegs stubenrein. Ich danke dir vielmals. Ich muss jetzt versuchen, zu meiner Familie zu kommen. Obwohl, auch wenn es so stockdunkel ist und es stürmt. Vielen, vielen Dank, Mann. Wir sehen uns, ne? V19, Bruder. Ciao, ciao. Ohne Fackel los. Ich hab... Ich hab... Noch. Ciao, ciao. Ah, okay. Alles gut. Pass auf, das Noob-Frau war da irgendwo hinten links. Danke dir. Oh mein Gott, das wird langsam hell. Wir haben was gefuttert. Wir haben Kleidung bekommen. Wie süß, dass wir einfach Izzy getroffen haben. Liebe Freunde, Izzy zu zweifeln war einfach absoluter Gamechanger. Und dann wird es irgendwo auf dem Dach gepflanzt oder so. Keine Ahnung. Finde ich gut. Ich glaube, ob es auch besser wäre, dann brauchen wir auch nur einen Abkeep halten und so. Dann haben wir... Hallo? Hallo? Das ist ja Bescheid, oder? Hallo? Hallo? Soll ich mich noch neben dich hier irgendwann hin. Hallo? Wer wohnt denn hier? Hallo? Kugelmagnet. Olli? Ach, was geht? Was geht, Leute? Na, ich bin gerade erst aufgewacht. Richtig, was machst du hier? Ich bin gerade erst aufgewacht an so einem Strand. Ich war, glaube ich, noch nicht existent. Ich suche jetzt meine Familie. Und ja, kurz vor dem Verhungern habe ich Izzy getroffen. Der hat mir Klamotten und einen Kürbis gegeben. Mir geht es wieder... Mir geht es großartig. Voll gut. Was macht ihr hier? Wir werden durch Trocknenwild. Stell dich kurz an unser Feuer da oben gerne. Boah, mega. Danke. Ich bin total durch den Es. Wir haben gerade unsere... Hier, komm einfach hier rein. Megaschöne Base. Wow, Mann. Ah, wow. Mit Ausblick sogar. Das ist schon fucking Premium. Das ist schon insane Premium, Alter. So ein bisschen. Wie schön, Mann. Habt ihr echt schön gemacht hier. Gefällt mir sehr gut. Ich bin jetzt auf dem Weg zu meiner... Hier hinten im Speer. Wow. Wie nett. Wieso seid ihr alle so nett? Falls euch irgendein Wolf angrift oder so. Warum nicht? Krass, Mann. Krass, Mann. Wir müssen zusammenhalten. Wir verhungern sonst alle. Das ist mega nett von euch. Vielen Dank, Mann. Vielen Dank. Ja, ich bin jetzt auf dem Weg zu meiner Familie. Wir sind die Gemüsegeschwister. Ich treffe die gleich zum ersten Mal. Und wir wollen jetzt den Gemüsegroßhandel ein bisschen ins Laufen bringen. Also, falls ihr mal auf den Kürbis herbeikommen wollt, würde mich das mega freuen. V19, liebe Freunde. Genau. Wenn wir kommen, vergiss nicht, ich bin der, der dir den Speer gegeben hat. Nicht das Feuer eröffnet. Ich werde es dir niemals vergessen. Ciao, ciao. Mein Pferd. Cool. Mein Pferd. Hallo. Hallo. Was geht? Ich habe ein Pferd gefunden. Ja, moin. Guten Morgen. Was geht, Freunde? Wie steige ich ab? Wow. Digga, das Spiel ist doch erst seit drei Stunden online. Wie habt ihr denn so eine geile Bude hergerichtet? Habt ihr schon einen Bär gelegt? Wow. Oh mein Gott, es geht doch weiter hoch. Wieso ist das so cool? Es ist so schön, wenn Leute sich darüber freuen und das wertschätzen. Pia, du bist so eine Architekturgöttin. Einfach diese Wendeltreppe mit den Etagen. Okay, jetzt ist das unangenehm. Ich raste aus. Jetzt ist das unangenehm. Was geht? Wo bauen wir unser Gemüse an? Ich habe Kürbispflanzsamen dabei. Wir haben jetzt auf dem Balkon mal. Nur so drei Pflanzentrüge, da wachsen schon Kartoffeln. Ja, mein Balkon. Und wir brauchen irgendwie, wir bräuchten noch wahrscheinlich einen Pferdestall. Damit uns unsere Pferde nicht alle geklaut wird. Und wir brauchen, also wir müssen noch diese großen Felder lernen. Was soll ich tun? Was? Wieso fragst du mich? Achso, ich weiß nicht. Kalle, was soll ich tun? Kann ich was tun? Brauchen wir irgendwas? Dann gehe ich es holen, dann besorge ich, dann gehe ich farmen. Ich bin bereit. Soll ich uns ein schöneres Schild malen? Wir brauchen Ressourcen. Hast du ein Problem mit meiner Karotte? Die sieht wundervoll aus. Wen, ja, wenn nicht. Wir brauchen tatsächlich Ressourcen und wir brauchen Scratch ganz viel, damit wir neue Sachen lernen können. Irgendwie ist unser ganzes Geld weg. Ich weiß nicht genau, wo das hin verschwunden ist. Geld? Aber irgendjemand hat unser ganzes Geld ausgegeben. Dieser Scratch, das sind diese Metallteile. Das ist unsere, das ist die Geldwährungseinheit. Ah, ich habe einen Schlafsack. Ich habe einen Schlafsack für dich. Oh, nice. Solltest du noch rum platzieren, damit du hier wieder spawnst. Geil. Oh, der ist sogar so süß und rosa. Shit. Anni, ich habe eine Frage an dich. Ja? Ähm, wie viel bedeutet dir dein Pferd? Äh, ich kenne es schon ein paar Minuten. Habt ihr es getötet? Irgendwie kann ich das hier nicht abstellen. Das ist das, was Kalle mit Pferden normalerweise macht. Also, die Emotion. Mein Pferd hat damals getötet, obwohl es mein bester Freund war, der mich durch dick und dünn begleitet hat. Aber ja, also. Oh, ist das so gut. Ein Schloss machen statt dem. Anni. Schließe. Hier. Äh, was brauchen wir alles? Holz, Metall, Scratch. Wo findet man dieses Scratch? Du hast halt überall solche Fester, die du zerschlagen kannst. Und da drinnen ist halt super viel Loot drinnen. Und das einfach alles mitnehmen, damit wir Sachen lernen können. Weil wir haben hier, hier hast du diesen, ähm, Tech-Tree. Ah, oh. Hm. Hat nicht jemand, hat jemand den Scratch ausgegeben? Also, unsere Metallteile. Was ist Scratch? Nee, ich glaube nicht. Die Währung. Ah, Scrap, nicht Scratch. Scrap. Scrap. Komm, Pferdi. Ich brauche deinen Namen für dieses Pferd. Äh. So, liebe Freunde. Fürs Team. Oh, Mann. Wir sind die Gemüsegeschwister. Gemüsegeschwister. Oh, nervig, dass man ein Pferd immer mitnehmen muss. Naja. Na, komm. Warte. Pferdi. Hm. Dieser Baum sieht aus, ob der schon viele Jahre gelebt hat. Und jetzt von mir mit einem Stein gefällt werden möchte. Scheiß auf die Umwelt, Leute. Bonita Ferdinand. Ja, Ferdinand ist, glaube ich, so der Standardname für so ein Pferd, ne? Wie heißt nochmal das Pferd von Link? War einen coolen Namen fürs Pferd. Uh. So, wir können auch jetzt bestimmt... Wir gehen jetzt mal mit dem Craften. Crafting. Hammer. Stone Hatchet. Stones. Oh, ich brauche Steine. Wo können wir nochmal Steine her? What's poppin'? Hey, hey, hey. Ähm, die anderen beiden wollen im Haus noch weiter arbeiten. Hast du Bock, irgendwie mit Richtung Straße zu gehen, um Scraps zu besorgen? Also die Währung praktisch im Game? Klar. Oder willst du jetzt mal ein bisschen weiter fahren? Ich tue nur das, was ich denke, was getan werden muss. Fuss. Und dein Arsch hängt raus. Kannst du nicht mit aufsteigen? Ich glaube nicht. Hm. Ich meine, wäre schon ein schönes Szenario, wenn wir zu zweit aus einem Pferd reiten könnten. Aber ich glaube nicht. Stehst du drauf? Ich kann halt drauf stehen bleiben. Geht es? Ja, du bist zu schnell. No. Du kannst dich nicht richtig draufsetzen. Wo ist denn die Straße? Wo geht's lang? Ähm, es gibt halt ein paar. Die Problematik ist, es gibt auf der Web mehrere Zonen, in denen man praktisch einfach getötet werden darf. Mhm. Und da wollen wir ja im besten Fall eigentlich nicht hin, ne? Hm, ja. Das heißt, ich würde... Wenn ich eben schon durch eine durchgelaufen ist, ist auf jeden Fall belastend. Boah, ich will nicht mal auf diesem Pferd reiten. Das ist so nervig. Zu Fuß unterwegs ist, dann ist viel entspannter. What? Oh, da oben ist der. Ups. Oh mein Gott! Aber jetzt läuft es zumindest wieder. Beweg dich! Es bewegt sich nicht mehr. Mein Pferd will nicht mehr. Ah, jetzt. Was ist mit dir, Pferd? Warum hast du mich? Ich will zu Fuß laufen, das nervt mich. Dann müssen wir gleich Bad finden gehen. Und dann gehen wir Scrap finden. Oh, ich will das Pferd nicht mehr, das nervt mich. Okay, kein Problem. Warte, Warte. Warum tötest du es denn? Aber töten ist doch... Warum... Ich... Kalle? So, Pferd ist weg. Kalle, ich würde gerne mit dir über ein wichtiges Thema reden. Hast du schon mal den Begriff Therapie gehört? Google das vielleicht mal. So, du hast gesagt, du winst das Pferd nicht mehr. Ja, ja. Google mal, ne? Ciao, ciao, ich muss los. Was ist denn? What the fuck? Anni, ich habe Essen gemacht. Pferdefleisch, Rostbratwurst. Pferdefleisch, Rostbratwurst.